Inreiten können. Ja. Okay, nächste Ebene. Muss man das mit dem Wasserbefehl weiter machen? Okay. War ja noch nicht fertig. Jetzt durchschnittlich noch was anderes gemacht. Ist doch langweilig, wenn ich dann immer dasselbe mache. Ja, klar. So, ist das jetzt das Ende der... Hm? Ja, das ist das Ende, okay. Jetzt bin ich an der Wand nah angekommen. Halt, Zombie. Stirb. Lass ich mich grad fragen, wieso ich mit 30 FPS aufnehme eigentlich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob ich mit 60 eingestellt habe. Keine Ahnung. Ich hab' nur vergessen zu Ende. Aber warum roll ich denn auf'n... Okay, da unten... Boah, jetzt kommen die ganzen Spinnen runter, das ist ja klar. Wie immer, ne? Wie immer, ne? Ja, und 10 Milliarden Spinnensorten. Komm da her. Oh, gib's doch nicht. Ich hab' nur was zu essen, jo. Drei Melons. Hey! Ich glaub' dadurch reg' ich mein Leben auch nicht, ne? Spinnenauge regt mein Leben auch nicht. Oh, komm schon. Oh, ich muss weg, ess. Ich hab' nur noch ein Herz und kann nicht reg'n. Okay. Warum kann man die Schocker-Cane-Barm eigentlich nicht wegmachen? Was ist denn mit? Warum man die nicht wegmachen kann. Ja, weil ich damit irgendwas wieder brennen müssen, oder so. Das ist ein guter Brennmaterial. Ah! Ach, ne. Zeltus-Quarz nehmen wir auch schon mal mit. Boah, ich wär' fast da runtergefallen. Hier sind doch bestimmt irgendwo Spinnen, die mich jetzt töten werden. Ich komm' wieder. Ich komm' wieder. Boah, das ist aber nicht geil da unten. Gar nicht geil. Und das Feuer kommt von der Leiter, das Oben, das Icon. Warum auch immer. Das wurde aber schon alles abgebaut. Hm. Er hat sie, er hat sie wieder zwei verschiedene Copper Wars. Mich scheint das Kartonpunkt zu decken, aber ich hab' 60 FPS. Sauerhaft. Keine Ahnung. Weil mir deckt's nicht. Übrigens, du weißt, dass wir hier auch noch Obsidian-Ding haben, ne? Hm, ich weiß, kann ich aber nicht abbauen. Wie soll's denn abbauen? Mit was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Deswegen, keine Ahnung. Das ist meine richtige Antwort. Ja. Oh, wie sieht man trotzdem aus, ne? Die sehen okay aus. Ein Schwert. Ein Schwert. Zwei Schwerte. Da waren ja die ganzen Blöcke drin, ne? Auch egal. Einfach rein damit. Das Buch. Heute ist drum, der wir das Internet noch haben. Weil er kein Internet hat. Hä? Da muss er seinen PC neu starten. Da liegt das bei Ihnen dran, nicht bei mir. Ja. Und du hast ja Internet. Ja. Ist ein bisschen strange. Ähm. Hatten wir Pistons und sowas? Oh, ich wollte was essen und sterb ich gleich. Ich weiß auch nicht, ob wir welche hatten. Gibt es Block. Block. Block Breaker. Na. Aber Black ist auch immer gut, ne? Der lockt sich aus mit alles, was er mit hat. Er hat ja nicht viel mitgehabt. Dann weißt du doch nicht. Ne, Essen. Was er alles dabei hatte. Oh, Blocks. Oh, das kostet Diamantspitzhacke. Ihr seid da verrückt. Ähm. Was kostet denn Diamantspitzhacke? Ein Block Breaker. Okay. Es hätte automatisch die Melonen abhernten können. Boah, viele verschiedene Erze und Sachen. Es gibt Spitzhacentechnisch. Blocks. Bienen. Bienenhive. 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 Kokon. Äh. Ab, ab, ab. Da ist er. Imprägnierter. Da brauchen wir Seed Oil. Carpenter. 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 Brauchen wir. Bronze. Ich bräuchte. 14 mal Bronze. die frage mache ich das dann haben wir essen durch honig ich habe kein kein richtiges ding dafür für die er für honig oder so weil die honigbrote sind ganz gut hatte wenn der mod drauf ist dann müsste auch bild kraft raus sein irgendwo ist ja auch noch eine ebene da kommt so rüber da ist ja ich weiß ich weiß nicht wie man dahin kommt bestimmt später ist mein handy gibt es keine maschinen oder so habe es da planter sind alle nicht da machen wir das ich will dafür die zweite ebene benutzen weil dies jetzt momentan eigentlich nicht für uns nutzbar oder was wir damit machen können richtig weil hier könnte man energie erzeugen indem man die samen die übrig bleiben als zieht oil das sieht mit wasser in der engine rein und die strom erzeugt alle meint er das liegt nicht bei ihnen dann klar sonst hätte ich auch kein internet und ein wlan ja dann hier die haben wir gar nicht sieht angina damit für engine speed engines biogas engine haben wir das automatisiert sich abbaut darum geht es ja kann gleich einen kurzen da dauert noch sechs minuten 13 minuten ich meine 13 minuten ich glaube sieben minuten oder so hatten wir diese schon laufen nein davon brauchen nichts neues blocke blöcke 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 ich bin gleich hinter der leute poli ton Carbonat Ach, du ahnst es nicht C-Carbonat Als Kohlestoff Achso, wenn wir davon noch welche reinpacken Mal schauen Welche haben wir denn hier? Egi hat er noch Aua Ach, nö Zwischen Lid und Toxytorion Zerfocation Oxytor Titanium Kapon